Weiß! Ich liebe Schweiß! Ah, liebt wie auch so Schweiß wie ich? Warum hat mein Maul nicht erkannt? Egal. Willkommen zum Gym Simulator. Das Spiel, das ist ne Demo-Version, sieht man jetzt mal da oben. Also, ich bin ein bisschen krank. Ah! Ich bin krank. Das hier ist Daddys Gym. Ähm, Inventar öffnen, Tab. Werkzeugmenü Q. Ate M. Okay, äh. Achso, das ist mein Gym. Ah, da. Aha. Ja, easy, ne? Wie ihr seht, ne, ich hab mir auch so ne richtig geile, schnelle Brille angezogen. Boah, die sieht richtig sportlich aus, oder? Ja. Dieser Kackfugel, ne? So, und deshalb. Schraubenschlüssel freischalten. Wie schalten wir den jetzt frei? Bett und Mülleimer verschieben. Ja, wie tu ich das mal? Oh, ey, das ist so... Ja, ich penn. Ja, das passt schon. Boah, ich werd irgendwie dieses Jahr viel zu oft krank. Das ist nicht normal. Also, ich kann ja euch mal den Trailer davon zeigen. Ganz ehrlich. Ich hab mehr erwartet. Das ist der Trailer. Ihr versteht schon. Ich weiß nicht, aber das ist... Das ist kein bisschen so wie im Trailer. Das ist... Oh, warum... Warum seht ihr das jetzt nicht? Das ist ja... Nein, ich bin nicht... Nee, das ist falsch. Ich hab irgendwas kaputt gemacht. Warte kurz, warte kurz. Hier ist es. Zack. Ah ja, jetzt. So. Aber es ist kein bisschen so, wie das hier eigentlich gezeigt wurde. Kein bisschen. Aber okay. Fitness Equipment Store. Ah ja. Das sieht ja mal sehr interessant aus, ne? Also, wir machen Kurzhandel. Äh, Vollversion, Vollversion. Ja, Knie, Dingsdash. Ja, genau. Äh, Vollversion. Ey, warum haben die es nicht sortiert? Wie dumm. Warum ist denn das irgendwie so dunkel hier? Guck mal. Das kann... Das ist irgendwie viel zu dunkel. Ja. Hat ja viel gebracht. Toll. Zack. Jetzt kommen wir dann hier hin. Zack. Hier, dass man dann noch rausgucken kann, machen wir hier. Putz. Äh. Würde sagen, so. Hier, das hier. Das muss... Das ist doch geil. Oh. Hau. Ja. Das kommt. Super. Ah. Ha. Ey, Schild umdrehen. Ah. Ja, Broschüren. So. Inventar öffnen. Ja. Broschüre aushängen. Ja, wo tue ich die aushängen? Ah ja, hier, Person. Servus. Alter, zeig mir den Weg. Es ist dunkel. Zack. So. Oh. Ich komme vorbei. Ich werde auf dich warten. So. Oh mein Gott. Jetzt wird es erkannt. Ich habe den Fehler gefunden. Es wird einfach das falsche Mikrofon ausgewählt. Oh, es tut mir so leid. Anfeuern. Jo. Warum macht ihr hier alles trick? Ich bin dumm. Ihr könnt ja mal kurz die ganze Hintergrundmusik ausmachen, ne? Da könnt ihr hier mal, ähm, hier mal diese ganze tolle Ambiente hören. Toll, oder? Hä? Ein Mitgliedschaft. Ich möchte Mitglied werden. Ja, Preisliste. Mitgliedschaft. Was? Ja. Ich nehme dich an. Wir machen das hier mal zu. Oh. Ja, äh, egal. Hätten wir nicht zu machen müssen. Mann. Dieses Spiel. Ihr habt hoffentlich den Supermarkt-Simulator-Gesiebio gesehen, ne? Ich habe mir kurz gedacht, ja, wow. Das hat richtig Bock gemacht. Ich würde gerne nochmal vielleicht aufnehmen, ne? Ich habe es mir kurz überlegt, aber ich habe doch gesagt, nein, das mache ich nicht. Aber dieses Spiel hier, das bietet mir nichts, warum man dieses Spiel kaufen sollte als Demo. Also ich spiele jetzt die Demo-Version, das ist noch nicht fertig. Ich habe keine Ahnung, warum ich dieses Spiel im Endeffekt dann als Spieler, als Tester jetzt hier, der es hier testet, kaufen sollte. Das ist einfach richtiger Müll. Also machen wir mal schlafen, ne? Oder was trinken. So. So, wir lernen mal den Müll einmal, ne? So. Ähm. Wir öffnen schon mal. So, was können wir hier machen? Ey, blöde Sau. Wo ist denn so klein? Wir müssen Werbung machen, oder? Also, hört her, hört her. Kommt alle in unser tolles Rotz. Ähm. In unseren Gym. Ja, wie nennen wir das? Krankheit für Geld. Ich habe schon extrem viele Spiele auf diesem Kanal hier gespielt, denn ich habe noch nie so einen Müll gespielt wie das. Und in nächster Zeit werden wir öfter Müll spielen. Ey, ich kann, ich kann das Spiel nicht. Ja, anfeuern. Juh. Ja. Mach mal. Du auch. Ja. Ey. Raus mit dir. Oh. Äh. Ja. Hä? Ey, wirklich, hier ist nichts gefaked, ne? Also, ich sage jetzt hier nicht, das Spiel ist scheiße, nur, dass wir, ne? Aber, ihr könnt es ja mal selber testen, ne? Das heißt einfach auf Steam Gym Manager hier. Man kann hier einfach nichts. Das ist schlimm. Warum ist das ein Kackhaufen? Ich habe keine Ahnung, was ich hier jetzt eigentlich mache. Das Ding ist kaputt, das kann ich nicht reparieren, solange eine Person hier drauf ist. Ja, ja, ja. Nein, wehe, du gehst doch in deinen Knall. Und du auch. Ey, wenn du noch einmal schreist, ne? Okay, jetzt reicht's. Dann wird's eigentlich mit der Faust auch die sabotieren. Ja. Scheiß, Konkurrenz. Oh, ein Kunde ist auch von der Banane ausgerutscht. Ey, das ist so schlimm, ne? Die müde hier alles voll. Ja. Alles erst mal repariert. Super. Kurzhantelständer ist kaputt. Ja, was ist der Kurzhantelständer? Mach mal schneller. Eine Fresse, meine Fresse. Äh, ja, machen wir einmal das, bitte. Ja, kann man hier. Multivitamine. Mal kaufen, hier, ne? Hier gleich zehnmal. Ja, grünes Energy Drink. Mal vier Stöte geht es auch. Wasser. Oh, ja, Wasser ist ganz wichtig. Wir müssen ganz viel kaufen. Ja, Wasser, ne? Ah, ey, warum, boah, ey. Heute geht auch alles den Bach runter, ne? Wir haben 16,50 Uhr und ist einfach stopptunkel. Vier Sachen kann man hier drauf platzieren. Und ich habe schon wieder alles voll gemüllt. Das ist, ey, ein bisschen spielen. Man hat einfach nichts. Also, ja, guckt euch das mal an. Das ist doch, man. Lasche. Ah, hier rechts können wir sehen, wie voll der Müll ist. Ausrüstung vom Computer aus abgewählt. Also, Ausrüstung, ja. Laufband. Ja, einfach mal alles weg. Super, macht ihr das. Ja, super, machst du's. Weiter. Ist das scheiße, wirklich? Ey, ich habe das gesehen, du. Klugers Paarger. Nächstes Mal gibt es eine Schelle. Haben wir uns verstanden? Das Ding ist... Du siehst dünn aus. Wie geht es dir? Hau ab. Ey, ganz normal. Wollen wir mal ins Fitnessstudio, hau ab. Ja. Warum sagen alle, hau ab? Servus. Ja. Jo. Warum verliegen die hier alle? Boah. Es tut mir leid, ne, aber man kann dieses Spiel einfach nicht spielen. Also, ja, natürlich, man kann es spielen, aber es macht ja einfach überhaupt keinen... Was habe ich hier gemacht? Ach, da finde ich in die Gasse. Ey, du Sau. Vandalismus. Was habe ich hier... Was habe ich denn gemacht? Es ist noch wichtig zu erwähnen, ich habe noch diese Steam-Rezension geschrieben und ich lade euch dieses Video hier nochmal als Uncut-Version auf den Zweitkanal hoch. Also, ihr könnt es dann unten in der Videobeschreibung mal anklicken, dann kommt ihr auf den Zweitkanal. Dieses Spiel... Also, ich kann mal ins Helle gehen, ne? Das ist der einzige helle Punkt. Ah ja, und hier. Toll. Also, Leute. Also, lasst gerne eine Bewertung, oder bitte eine positive. Okay, auch wenn ihr dieses Spiel einfach abzugut haben müsst. Ich nehme jetzt eine halbe Stunde hier auf. Es macht einfach keinen Spaß, ne? Also, Leute. Lasst ein Like da. Abonniere den Kanal. Und tschürürür. Bis zum nächsten Mal.